Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was mega Spannendes mitgebracht, nämlich von Essex den Superblast 2. Der Vorgänger, der war einer meiner Top 5 Schuhe, die ich jemals im Laufen getragen habe. Ich war ein riesen Fan davon, bin es übrigens immer noch und der Nachfolger ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Kurz vor Olympia hat Essex den jetzt auf den Markt gebracht. Die farbliche Kennzeichnung ist auch Olympia reif geworden, wie ich finde eine sehr schöne Farbkommie gewählt worden. Die findet man so ähnlich auch noch in anderen Schuhen von Essex aktuell. Was die Technologie betrifft, die Mittelsohle hat sich kaum verändert, außer dass aktuelle Schäume verwendet werden und auch sonst ist der Schuh sehr ähnlich, wenigstens optisch geblieben. Die Konstruktion ist jetzt so gewählt worden, dass die Aufbauhöhe hinten 45 mm beträgt und vorne 37 mm. Das ist sehr sehr ähnlich wie der Vorgänger. Die Sprengung beträgt also weiterhin 8 mm. Die Schäume sind wie gesagt quasi die Nachfolgerschäume des normalen Superblast 1 gewesen. Unten drunter eine weiche Schaumschicht, die nennt sich jetzt FF Blast Plus Eco und oben drüber eine etwas festere, dickere Schaumschicht, die nennt sich jetzt FF Turbo Plus. Ja, was die Schicht dann macht, das werden wir gleich im Test. Der Schuh wiegt in der Mustergröße US 9 bei mir auf der Küchenwaage 249 Gramm, kostet weiterhin 220 Euro, ist also nicht teurer geworden und tritt an in der Allrounder bzw. Super Trainer Kategorie, also in der Kategorie, wo die teuren Schuhe antreten, die die besten Materialien haben, die langstreckentauglich sind, auch für Marathon Training geeignet sind. Das ist so seine Daseinsberechtigung. Ja, wie gesagt, der Vorgänger war super, der hat eine riesige Fangemeinde gehabt und eine Besonderheit war halt hier in dem Fall auch, der ist nicht mit einer Platte versehen, also ist keine Carbonfaserplatte drin und der ist gekennzeichnet durch eine riesige Aufbauhöhe. Wir fangen jetzt erstmal an mit ein paar Bildern und dann gehen wir weiter zum Obermaterial. Ich bin schon wie gesagt mega gespannt und ich hoffe ihr echt auch. Beim Obermaterial fällt mir natürlich direkt auf, das ist ein bisschen wertiger und sogar noch ein bisschen lufterschlässiger geworden als die Vorgängervariante. Das heißt also auch da gibt es überhaupt keine Klagen. Im Gegenteil, tatsächlich sieht man da schon die erste Verbesserung. Was die Stabyelemente im vorderen Bereich betrifft, kann man auch direkt schon fühlen und man spürt es auch. Die sind auch sehr sehr wirkungsvoll angebracht. Die Zehenbox an sich ist schön breit ausgestattet und auch sehr sehr hoch gewählt. Das heißt also auf gut Deutsch, wenn man da seine Zehen nicht vernünftig unterbringen kann, dann weiß ich es nicht. Auch der breite Fuß ist da sehr sehr gut aufgestellt. Was die Zunge betrifft, auch einen sehr sehr guten Job. Die ist vorne befestigt und mit den beiden seitlichen Gummiriemen wie üblicherweise auch gemacht. Die Zunge ist recht dünn, schön atmungsaktiv und mit dünnen Pads hier im oberen Bereich des Fußes schön gepolstert. Da haben die auch alles richtig gemacht, was das Schnürungssystem betrifft. Es ist auch so, wenn überhaupt eher eine Verbesserung sogar noch. Die gerüffelten Schnürsenkel sind geblieben, aber tatsächlich noch minimal geeigneter gewählt worden. Die Löcher sind auch vernünftig gesetzt worden, also auch da keine Klagen. Der Einstieg für den Fuß ist super. Das hat wirklich was damit zu tun, dass die Zunge auch wirklich genau schön sitzt. Also da muss ich auch wirklich volle Punktzahl geben im Schuhkragenbereich. Es ist eine sehr sehr schöne Tiefe, auch sehr sehr tief gezogene Polsterung, auch ausreichend gewählt worden und auch sehr sehr geeignet gewählt worden. Bei der Polsterung im Achillesseenbereich fällt allerdings tatsächlich mir direkt schon was auf. Das ist das Einzige, was ich jetzt negativ betrachten würde. In dieser Polsterung sind so eine Art Faltenbildungen zu sehen und das hat bei mir auch in den ein oder anderen Läufen auch so etwas ähnliches wie eine Druckstelle, nenn ich das jetzt mal, gegeben. War auf jeden Fall nicht nur ein total angenehmes Gefühl, hat mich auch nicht wesentlich gestört, ist aber auf jeden Fall auffällig gewesen im negativen Sinne, weil sonst alles super war. Die Schuhkappe im hinteren Schuhbereich ist sehr sehr stabil ausgefallen, weil die auch schön mit der Mittelsohle verbunden ist. Und im Gesamten muss man echt sagen, dass wieder mal ein Top-Niveau erreicht worden, wenn überhaupt noch eine minimale Verbesserung zum Vorgängermodell. Also von daher gar keine Klagen, im Gegenteil. Wenn wir auf die Mittelsohle zu sprechen kommen, dann kommen wir wie immer zuerst auf drei Dinge zu sprechen, nämlich die technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes, auf die vorhandenen Schäume, auch in der entsprechenden Konstruktion und auf das Abrollverhalten. Und zum Schluss gebe ich dann noch mal ein Fazit, wo man ein bisschen was zusammenfassen kann. Ja, technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes ist so, er guckt sich die Aufbrauchhöhen an und er sagt hier direkt, die Aufbrauchhöhe maximal von 40 Millimeter in der Mittelsohle wird hier überschritten, nämlich hinten mit 45 Millimeter. Das heißt also auf gut Deutsch, der Schuh ist nicht regelkonform. Man kann zwar Marathon damit laufen, auch im Wettkampf, aber entsprechende Rekorde würden keine Anerkennung finden. Bei den Schäumen ist es so, dass hier wie beim Vorgängermodell tatsächlich so eine Schaumkonstruktion gewählt wurde, wo zwei Schaumschichten direkt übereinander liegen, ohne Platte verbaut zu haben. Das heißt also unten liegt eine Schaumschicht, die ist ungefähr ein Zentimeter dick. Die nennt sich FF Blast Plus, Eco-Material heißt das dann. Und darüber liegt eine deutlich höhere, deutlich festere, dynamischere Schicht, die ist aus einem Material, das nennt sich FF Turbo Plus Material. Das heißt, das sind eigentlich die Nachfolgeschäume von dem Vorgängermodell vom Super Blast 1. Dieser Schaum, der hier im oberen Teil der Mittelsohle verwendet wird, FF Turbo Plus, der wird auch in den Top-Modellen, in den Top-Rennschuhen verwendet, die aktuell von Essex produziert werden, die auch jetzt gerade im Moment vor ein, zwei Monaten neu rausgekommen sind. In der Kombination ein super toller Schaum, der ist sehr, sehr gelenkschonend, super schnell, super reaktiv, wirklich nur das aller, aller feinste Material, was man auf dem Markt bekommen kann. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, das ist echt super gelungen noch. Das ist das Sahnestückchen schlechthin auf dem Markt, wie ich finde. Langstreckentauglich ist das Ding. Also jeder, der einen Halbmarathon oder Marathon laufen möchte, müsste den hier eigentlich in seinem Sortiment haben oder zumindest mal getestet haben, ob der Schuh einem passt, ob der gefallen könnte. Beim Abrollen ist es so, hinten und vorne ist eine angedeutete Rockerkonstruktion. Das heißt, der Schuh ist explizit auch für Fersenläufer gut geeignet. Also man wird wirklich schön nach vorne geführt bei der Landung. Das passt wirklich sehr, sehr schön. Vorne ist die Rockerkonstruktion auch vorhanden, aber auch nicht zu sehr übertrieben. Das heißt, das wird sehr, sehr, sehr schön gestützt. Ist eine natürliche Bewegung, passt also wirklich gut. Und zusammenfassend, wie gesagt, der beste Schaum in der Kombi von den beiden Schäumen, die verwendet werden, den ich bisher je gesehen habe und je gefühlt habe. Der ist sehr, sehr gelenkschonend, langstreckentauglich, reaktiv, schnell, also wirklich nur die positivsten Eigenschaften. Ist mittelfest bis fest sogar. Es wird keine Platte verbaut. Hat der hier gar nicht nötig. Und von daher, wie gesagt, das Sahnestückchen auf dem kompletten Markt meines Erachtens. Und hier an der Stelle würde ich tatsächlich erstmalig 100% vergeben wollen. Ja, beim Vorgängermodell, beim Superblast 1, hat er sich tatsächlich ein paar Macken geleistet. Der Superblast 1 war, was die Außensohle betrifft, jetzt nicht das Supertalent. Das hat sich hier jetzt wirklich verbessert. Man sieht auch hier diese Einkerbungen, die hier gemacht worden sind in der Außensohle. Die sind einigermaßen tief gewählt worden, allerdings nicht so tief wie beim Vorgängermodell. Die Außensohle ist immer noch sozusagen flexibel und dynamisch genug. Das passt soweit. Allerdings sind die Löcher nicht so tief gezogen worden wie beim Vorgänger, wo sich sonst Steine und so weiter entsprechend angesammelt haben. Zweites zeige ich euch ja normalerweise auch jetzt immer, wie die Außenbreiten gewählt worden sind, nämlich hinten und vorne. Und da sieht man auch, dass die Breiten des Schuhs hier ähnlich wie beim Hoka Skyboard X und auch beim Vorgängermodell gewählt worden sind. Also man steht hier nicht nur breit, man steht hier nicht nur hoch, man steht auch tatsächlich auch sehr, sehr stabil aufgrund der Breite der Außensohle. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, die Gummielemente, die hier entsprechend gemacht worden sind, die sind in einer ähnlichen Form gewählt worden wie beim Vorgänger. Noch ein bisschen griffiger ist das hier gemacht worden, merkt man vor allen Dingen bei Nässe. Und die Vertiefungen, die hier weggelassen worden sind, die kommen dem Schuh und der Außensohle natürlich auch super zugute. Da werden sich kaum Steine und sonstige Dreckansammlungen sammeln. Das heißt, das ist eine deutliche Verbesserung geworden. Wie gesagt, Haltbarkeit sieht für mich gut aus. Ich hatte es angedeutet, beim Vorgängermodell bin ich drei bis 500 Kilometer mit dem Teil gelaufen. Hier zwar noch nicht so viel, aber das macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Insgesamt hat die Außensohle sich deutlich verbessert. Die Schwachstellen des Vorgängers sind eindeutig ausgemerzt worden. Ja, Leute, wenn man jetzt ein Fazit ziehen kann vom Superblast 2, kann man nur sagen, man muss einfach mega begeistert sein. Die einzige Schwäche, die der vorher hatte, das war die Außensohle. Die haben die komplett ausgemacht. Das heißt, das ist echt super gut gelungen, was die da neu konstruiert haben. Vom Preis her, 220 Euro ist er gleich geblieben. Ich finde, ganz klare Aussage, der ist immer noch sein Geld wert, wenn er nicht sogar noch besser geworden ist, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Die Weltklasse-Schäume, die hier verwendet werden, sind mit das Beste, was es überhaupt gibt. Der Schuh ist vielseitig, schnell, leicht, reaktiv. Komfortabel sitzt er übrigens auch. Das heißt also, ich glaube, hier macht gar keiner was falsch. Die einzige Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, ist nicht 100%ig gut gelungen, ist im Achillessehnen-Bereich. Ich hatte, wie gesagt, eine Druckstelle. Das ist aber echt schon jammern auf hohem Niveau und ist auch mit dem Mal, je öfter ich den getragen habe, besser geworden. Also, wie gesagt, der Schuh, der wird erstmal so richtig warm bei 10, 15 Kilometern und gibt dann erstmal richtig Gas. Und also alle Leute, die Halbmarathon und Marathon trainieren wollen und laufen wollen, die können den auf jeden Fall sehr, sehr gut verwenden und werden mit Sicherheit sehr, sehr zufrieden sein. Untertitelung des ZDF, 2020